Yo, was geht ab? Ich bin Mo, Marjit hier, Area 47. Wir haben morgen was ganz besonderes für euch. Wir haben morgen die Legende Mr. Wiggles hier, für euch, bei uns. Für uns ist es eine Ehre. Was sagst du dazu? Verpasst es nicht, so eine Gelegenheit kriegt ihr nicht jeden zweiten Tag. Mr. Wiggles, die Legende aus USA, bei uns hier in Krefeld. Krefeld. Im Area. Verpasst es nicht. Kommt vorbei, es wird eine coole Jam sein. Er wird Workshop geben, Popping Workshop, natürlich auch verbunden mit Hip-Hop Sachen und eine Hip-Hop Theory Lesson, das heißt er wird über Hip-Hop reden, über die ganzen Tanzarten, wo es herkommt, wieso die so heißen, wie sie entstanden sind. Also, kommt vorbei, verpasst es nicht. Was wir nicht vergessen dürfen. Wir haben uns was überlegt für euch. Und zwar ein kleines Gewinnspiel. Und zwar ist es so, ihr müsst uns die Filme nennen. Oder einer der Filme, richtig? Einen Film. Einen Film, okay. Einen. Einen Film, um dass Mr. Wiggles mitspielen oder er mitwirkt. Und die ersten fünf, die dürfen dann in einem Workshop umsonst teilnehmen. Die unter dem Video kommentieren, die ersten fünf. Schengel, Workshop, Alet, also Workshop, Jam und die Hip-Hop Theory Lesson, umsonst. Also, wenn ihr wisst, sorry Leute, der Akku Valer. Akku Valer. Also, wo war ich hingelieben? Gewinnspiel. Genau, Gewinnspiel. Eeeey, ich habe Cola. Ich darf nichts mehr sagen. Nein, Quatsch. Genau, Gewinnspiel. Das heißt, nennt uns die Filme, also kommentiert unter diesem Video, nennt uns die Filme, wo er mitgewirkt hat. Oder ein Film, ein Film, das reicht. Okay, kommentiert. Die ersten fünf kriegen den Workshop umsonst. Dürfen wir uns teilnehmen an der Jam, an der Theorie-Stunde, an... Wo noch? Am Workshop. Genau, am Workshop, genau. Also, wir freuen uns drauf. Majid, Mo, okay. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf Mr. Wiggles. Wie gesagt, ist es für uns eine Riesen-Ehre. Morgens ist Zeit. Mr. Wiggles in Area 47. Wir sehen uns morgen. Peace. Bye. ... ... ...